wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten video hier auf dem kanal paxis let's play big ich habe nämlich meinen neuen kanal gestartet paxis spielt einfach hier unten unter dem video in der infobox da wird direkt als erster link der link zu paxis spielt sein also zu meinem anderen kanal was jetzt mein hauptkanal werden soll den kanal gibt es zwar schon etwas länger aber es hatte probleme wie immer mit der aufnahme ich habe ein paar jahre lange nicht mehr aufgenommen und irgendwie hat youtube sachen geändert und deswegen hat mir die qualität nicht so gefallen ich bin immer noch nicht zu 100 prozent zufrieden mit den videos und der qualität die youtube anbietet wenn man die videos hochlädt da ist die qualität irgendwie von der original datei oder von der datei halt auf meinem pc besser als dann was man online sieht aber egal dark souls 3 wird zurzeit gespielt ich habe jetzt auch etabliert jeden tag ein video rauszuhauen das nächste spiel wird wahrscheinlich die evil within 2 werden da habe ich auch schon das spiel gekauft und runtergeladen wann es damit losgeht weiß ich nicht weil ich habe auch noch gar nicht das spiel gespielt ich habe noch keine aufnahme produziert zu der evil within 2 dark souls 3 ist zurzeit dran und natürlich klar dass jetzt nicht jeder der auf diesem kanal aktiv ist oder dieses video sieht zu dem neuen kanal kommt und die videos anschaut aber ich würde mich natürlich freuen wenn der ein oder andere zu paxis spielt wechselt mich da abonniert und natürlich ganz wichtig die glocke aktiviert damit ihr auch die information bekommt wenn es ein neues video gibt und dir nichts mehr verpasst und das war es eigentlich schon zu dieser information wie gesagt unter diesem video in der in der box und bestimmt noch mal als kommentar wird der neue kanal paxis spielt verlinkt sein natürlich kann man auch einfach den kanal in der youtube suche suchen paxis spielt und ich werde auch den kanal direkt in also den kanal paxis spielt werde ich in dem kanal paxis let's play big verlinken da gibt es ja auch diesen diesen abschnitt diesen tab mit anderen kanälen die man da bewerben kann da wird es auch noch reingeklatscht und ich hoffe einfach dass der eine oder andere mich findet natürlich ist das jetzt ein super kleiner kanal mit wahrscheinlich ja zurzeit auf jeden fall nicht 100 abonnenten ich denke wenn dieses video rausgekommen ist werden wir auch nicht direkt 10.000 abonnenten bekommen da werde ich mich über die ersten 100 freuen sobald die dann irgendwann mal erreicht sind ambition habe ich mit diesem kanal nicht wirklich mit praxis spielt es geht mir einfach nur darum dass ich ein paar videospiele spielen möchte und die halt let's play und wer bock hat schaut sie sich halt mit an und wer nicht der nicht wenn ihr kommentiert freue ich mich wenn er nicht kommentiert bin ich ganz doll traurig deswegen kommentiert ruhig abonniert und ja nutzt die glocke und keine ahnung was ich noch sagen soll cyberpunk 2077 werde ich natürlich auch kaufen und spielen und let's play also das ist der plan ist ich habe mir auch neuen gaming pc gekauft am anfang diesen jahres das heißt es ist fast schon wieder ein jahr her und also ja gut ein ganzes jahr noch nicht aber trotzdem schon eine sehr lange zeit her und dark souls 3 war das erste spiel was ich wirklich auf diesem neuen pc gespielt habe das heißt bisher wird er noch nicht wirklich intensiv genutzt ich glaube cyberpunk 2077 ist so ein krasses spiel und ich spiele hier auch in widescreen hd also nicht 1920 x 1080 sondern 2560 x 1440 natürlich größer die auflösung des zu anstrengender für den pc für den rechner für die grafikkarte für die prozessor deswegen weiß ich gar nicht ob mein pc in der lage ist das in maximal möglichen settings wieder zu geben cyberpunk 2077 da bin ich sehr gespannt darauf wie mein pc damit macht vielleicht schafft das auch schauen wir mal warxos 3 ist natürlich kein problem aber das spiel auch von 2016 ich glaube die evil wolf in ist auch kein problem aber auch schon etwas älter aber wir schauen mal es ist auf jeden fall ein ganz guter gaming pc und ich bin gespannt wie die qualität dann von cyberpunk 2077 auf diesem pc sein wird ich denke aber wir werden selbst wenn es nicht selbst ich nicht in der lage sein sollte auf absoluten maximalen freakigen krassen details zu spielen wird immer noch eine sehr sehr geile qualität sein ich freue mich auf jeden fall drauf ich hoffe ihr auch ich hoffe ihr abonniert pax es spielt und aktiviert die glocke und kommt auf den neuen kanal damit wir da spaß haben können in diesem sinne ihr dürft ihr auch hier kommentieren unter dem video in diesem sinne bis zum nächsten mal euer praxis und ich hoffe wir sehen uns auf dem neuen kanal video video wieder es gibt auch schon ein paar videos moment ich gucke direkt mal und zwar veröffentlicht sind bis jetzt acht videos heute kommt noch das neunte raus also dass wenn ihr dieses video hier seht wird schon das neunte draußen sein also es wird schon mindestens neun videos geben auf dem neuen kanal die angucken könnt zu dark souls 3 ich freue mich auf euch macht's gut euer praxis aktiviert die glocke verdammt noch mal macht's gut